Hallo und herzlich Willkommen bei Ralfs Anvoxing. Es ist wieder Montag, es ist 19 Uhr und das heißt wieder Wochenupdate. Leider habe ich diese Woche echt nur einen einzigen Artikel bekommen, den zeige ich euch gleich, aber vorher will ich euch noch was fragen. Also dieser Artikel, ich habe natürlich ein bisschen mehr bekommen jetzt nicht diese Woche, sondern auch die Woche davor und die Woche davor, aber die Sachen die ich da bekommen habe, haben jetzt nicht direkt was mit dem Thema Film zu tun, sondern mit Musik. Ich bin nämlich, also ich höre nämlich privat gerne Hip-Hop und Deutschrap halt und da habe ich so ein paar Editionen bekommen von Hip-Hop Künstlern, aber da wollte ich euch jetzt erst mal fragen, das könnt ihr ja hier unter dem Video in die Kommentare schreiben, ob ich da vielleicht auch mal euch zeigen soll, was ich da so bekommen habe, dann mache ich halt so ein extra Musikupdate und das würde denn, wenn ihr das wollt, die Woche vielleicht auch noch kommen. Also schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch mal ein bisschen Musiksachen sehen wollt, denn würde die Woche noch ein Video kommen, aber leider kommt heute nur das Wochenupdate Hashtag von Unendlich mit einem einzigen Film, aber der Film ist richtig geil und das Steelbook ist auch besser als ich es erwartet habe. Es ist einmal Star Wars Rogue One. Also Rogue One ist Star Wars Story, das 3D Blu-ray Steelbook mit Bonusdisk. Ja, hier könnt ihr ja mal, wenn ihr wollt, die Filminformationen durchlesen. Ich fahre auch zu dem Film zur Vorpremiere um 0.01 Uhr und der Film war wirklich richtig geil. Ich gebe dem Film eine glatte 10 von 10. Der ist wirklich richtig cool, diese Kriegsoptik und alles so insgesamt mit der Dramatik des Films. Wer jetzt noch nicht gesehen hat, möchte ich jetzt nicht weiter spoilern und auch wirklich richtig, richtig geil der Film. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film anzugucken. Und hier ist dann jetzt auch noch die 3D-Version drin. Da habe ich jetzt eigentlich nicht so viel von, weil 3D war in dem Film nicht so gut, aber sonst war der wirklich bombastisch geil. Ja, hier unten steht es ja dann auch FSK 12, Blu-ray, 3D Blu-ray und ein Bonusdisk und dann gucken wir uns jetzt einfach mal das Steelbook an. Das ist die Vorderseite und das hat schon eine Besonderheit, weil Star Wars läuft ja unter Disney und normalerweise macht Disney das ja so, die denken sich halt ein Design aus und lassen diesen Spine, äh Quatsch, diesen Schriftzug, also diesen Titelschriftzug, lassen sie eigentlich weg. Aber was haben sie hier gemacht? Sie haben sich halt auch ein Design ausgedacht, was ich persönlich sehr hübsch finde mit dem im Blau gehaltenen Todesstern im Hintergrund. Hier die Death Trooper oder Special Force Trooper im Wasser und dann guckt euch das an. Dieser Rogue One is Star Wars Story, Schriftzug ist sogar geprägt. Und das ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Also das Steelbook insgesamt von der Vorderseite gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. So, dann haben wir hier die Rückseite, da sind dann die Stormtrooper zu sehen, auch im Wasser, sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Und wenn man das Ganze aufklappen kommt auf was, was ich auch nicht erwartet hätte, und zwar ein Spine-Schriftzug. Wir haben hier bei dem Film wirklich Rogue One is Star Wars Story, auf dem Spine zu stehen, was ja auch wirklich Disney-untypisch ist. Na gut, jetzt könnte man meckern, man hätte das ja auch so machen können, dass jetzt zum Beispiel das Steelbook ein durchgehendes Design hat. Das haben sie leider nicht gemacht. Sie haben halt nur Vorderseite und Rückseite im Design gleich angepasst. Und den Spine leider nicht, sonst hätte man ein durchgehendes Design gehabt. Aber insgesamt ist das Steelbook wirklich sehr, sehr hübsch. So, wenn wir dann reingucken, haben wir hier so ein bisschen Werbung von Star Wars halt. Da braucht eigentlich niemand. Dann haben wir hier die normale Blu-Ray mit dem Stormtrooper drauf. Dann hier die 3D-Blu-Ray mit Darth Vader mit gezogenem Lichtschwert. Und hier die Bonus-Disc, da sieht man eine Kamera und die Hauptdarstellerin. Und der Indruck ist wirklich auch richtig geil mit den ganzen Hauptcharaktären. Also insgesamt ein wirklich richtig, richtig schickes Steelbook. Bis auf den kleinen Manko, dass das halt nicht ein komplettes Design ist. Das hätten sie vielleicht noch machen sollen, dann wäre es ein perfektes Steelbook gewesen. Aber insgesamt ist das wirklich ein richtig, richtig geiles Steelbook. Ja, wie ich jetzt schon am Anfang gesagt hatte, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch ein paar Musik-Sachen von mir sehen wollt. Also Hip-Hop, Rap und so habe ich ein paar Sachen bekommen. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Würde ich dann auch ein extra Video machen. Vielleicht auch noch diese Woche mal schauen. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, nur ein einziger Film, aber der hat es in sich. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Ralf von Ralf's Unboxing. Ciao!